hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wir spielen heute das horror game 4 in hospital und wir starten einfach mal okay so soll ein psycho horror game sein und ihr lasst uns einfach mal überraschen es ist Was auch immer das heißen soll. Wow. Full der Horror. So sprinten kann ich hier leider nicht. Das ist schade. Das Game gibt es im Übrigen kostenlos bei Steam. Für jeden der Interesse hat. Überall Batterien. Der atmet ganz schön hektisch. Ich glaube das ist Asthmatiker. Okay. Hey. Come hier. Was war das denn? Okay. Anscheinend, ob wir die nicht berühren. Ja gut. Wo ist der hin? Äh. Okay. 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 Springen kann man auch doch. Left shift. Okay. Oh scheiße. Ich hab die ganzen Batterien verbraucht. Bin ich ein Dulli. Linkes Schiffftaste. Uaaaaah. Geh mal weg, ey. Okay. Wir müssen mal ganz kurz. Äh. Ja. Shift hab ich doch. Ähm. So. Arschloch. Alter. Was ist denn da? Mehr Licht, bitte. Scheiße, Alter. Äh... Ah! Wo kam der her? Äh, ja... Warum? Warum? Was I rated for help but yet? Ja! Er ist ein Trage mit ihm! Dieses Geräusch! Es sind schon wieder diese hässlichen Schatten! Ich habe jetzt schon keine Lust! Ich habe jetzt schon keine Lust! War ich hier nicht gerade? Okay! Der kann fliegen! Ihr Doktor Offen To the another way Was ring for the hospital But he never let you go There! You need to find a way Ich muss mich entschuldigen Ich und Englisch das geht einfach mal gar nicht Also wenn sich das scheiße anhört Ihr dürft gerne lachen Ah ok Da geht es wieder hoch Die Tür ist zu Ohhhh! Was war denn das? Ich bin wieder hier! Hä? Das kapiere ich jetzt nicht Ich bin jetzt im Kreis gerannt Ne warte mal Von da bin ich doch gekommen Ok Geh mal hier lang Ok Oh ich hasse Das ist ja irgendwo so eine Schatten sind The last thing to remember Is talking with your doctor in the basement We experiment took place You have to use the elevator To get there Ok Mann! Arschloch Hör auf mich zu erschrecken Ah ok Ah ok E أي involve wir Wir unsere Die Ich bin schon wieder hier. Geh mal weg, ich muss hier rein. Alter, was ist hier los? Was ist in diesem Krankenhaus passiert? Was wird immer dunkler? Whisky. Ey, ist ja schlimm hier. 1... 8... Schon wieder der. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Okay, ich würde sagen, das war es für die ersten Folge. Ja, mal schauen, was uns noch weiteres erwartet. Bis zur nächsten Folge, bis dann bleibt entspannt, genieß den Tag und bye bye.